Hey, meine Lieben, ich bin's wieder, euer Fabtop und ich grüße euch zu einem kleinen neuen Vlog und zwar wollte ich in diesem Vlog euch mein Danke sagen nochmal, dass ich für euch 100 Videos machen durfte, oder 100 Videos machen durfte, vielen Dank dafür, ähm, ich hab's immer angemeldet, dass ich heute auf dem Geburtstag war, ich bin davon gerade zurück, ich bin ein bisschen kaputt und ich hab heute Nacht nicht sehr viel geschlafen, ähm, das heißt nicht sehr viel, also doch, ich hab nur 6 oder 7 Stunden geschlafen, das ist für mich relativ wenig, ähm, ich hab sonst immer so, welches ich schaffe, halt locker 10 Stunden, ähm, auf jeden Fall bin ich ja ein bisschen müde, es hat heute einen kleinen Schnelllinge mir gegeben, äh, und ihr könnt ja sogar sehen, dass hier meine Weihnachtsbeleuchtung ab ist, ja, das war's heute in kleinen Video eigentlich so gewesen, ähm, was ich ja sagen wollte, ich könnte, ihr könnt euch darauf freuen, aber ich wollte in diesem Video beziehungsweise nochmal andeuten, dass ich versuche, die Videos wirklich pünktlich zu bringen, deswegen will ich euch gleich nochmal, oder bis morgen, ähm, Watch Dogs aufnehmen, GTA aufnehmen, FIFA 15 aufnehmen, und, 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 da muss ich auch mal vorprozieren, denn ich fahre bald in den Urlaub, ähm, und zwar zu meinen Verwandten, ähm, um die Nordsee, ich werde da vielleicht ein paar Bärzeigen, oder ein paar, also wenn ihr mir natürlich auf Instagram Leute, könnt ihr das alles verfolgen, ihr wisst ja einfach, den Link unten, in der Beschreibung, ähm, drücken, man kommt auf mein Interimprofil, und, ähm, ja, dann wisst ihr mal, wo ich bin, dann nicht direkt, wo ich bin, weil ich natürlich nicht Katte mache, weil ich nicht gesagt will, aber, dann wisst ihr so grob, dass ich da war, ähm, auf jeden Fall, ähm, ähm, ja, das soll es eigentlich für ein kleines Video sein, ich muss jetzt auch schnell machen, weil die Kamera bald allergiert sich gerade, also, vielen Dank für das Zusehen, haut rein, äh, ich wünsche euch einen schönen Abend und einen schönen Tag, ich gehe jetzt mal schön mit einem leckeren Rap-Essen, hier, selbst gemacht, und, ähm, dann sehen wir uns, wie ist es gerade, näher, sehen wir uns wieder, ähm, 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 ja, ich weiß nicht direkt, auf jeden Fall Dienstag, wenn ich noch heute bei einem Let's Play, ich weiß nicht direkt, vielleicht morgen, ähm, kann ich nicht direkt sagen, ähm, auf jeden Fall werde ich nochmal ankündigen, einen Tag bevor ich da fahre, ähm, mache ich da, wenn ich fahre in Urlaub, wie ihr wisst, nur, äh, schnell beschäftigt, ich in Urlaub fahre, und ihr euch mit vorgeproduzierten Videos, äh, freuen, beglücken müsst in dem Fall, alle, vielen Dank für das Zusehen bis jetzt, haut rein, vielen Dank für die, ähm, ganzen Abonnenten, die, danke euch, ich habe, äh, ja, vielen Dank fürs Zusehen, haut rein, ich freue mich, dass ihr euch Video machten, danke nochmal für 100 Videos, 100, über 100 Videos sogar, ich bin bei 120 oder so, vielen Dank, haut rein, bis nächstes Mal ist es aber Schluss, tschüss, tschüss.